Apothek, feiner Wein kommt heim, das Juni Kistel 2017. Bella figura italiana, der Sommer ist da, die Schule fasst aus, da bringen wir den Spaß ins Haus. Dreimal aus den Colli Euganei, zwischen Pardo und Bologna, wissen's eh. Carlustra hat sie gemacht, voll Bier und Autochton, finden's in den Richtgenton. Tischwein sind's im besten Sinne, so leicht wie's über die Gurgelrinne. Erstens der Seprino 2016, ein spritziger Weißwein mit Tiefgang. Zweitens der Bianco 2015, ein weißer, unkompliziert Komplett. Drittens der Rosso 2015, ein roter, traditionell Tisch erfahren. Leine ohne Spompernadel, da gibt's rein nichts zu tagen. Apothek, feiner Wein kommt heim, auch im Juni.